Ein Schneider fing ne Maus Was macht er mit der Maus? Er zieht ihr ab das Fell Er zieht ihr ab das Mima-Fell Mima-Mause-Fell Er zieht ihr ab das Fell Was macht er mit dem Fell? Was macht er mit dem Fell? Was macht er mit dem Mima-Fell? Mima-Mause-Fell Was macht er mit dem Fell? Ein Schneider fing ne Maus Ja, ja, ein Schneider Er näht sich einen Sack Er näht sich einen Sack, er näht sich einen Mimasack, Mima Mausesack. Er näht sich einen Sack, was macht er mit dem Sack? Was macht er mit dem Mimasack, Mima Mausesack, was macht er mit dem Sack? Ein Schneider, Fingernmaus, ja, ja, ein Schneider. Er steckt hinein sein Geld, er steckt hinein sein Geld, er steckt hinein sein Mima-Geld. Mima Mausesack, er steckt hinein sein Geld, was macht er mit dem Geld? Was macht er mit dem Mima-Geld? Mima Mausesack, was macht er mit dem Geld? Er kauft sich einen Bock, er kauft sich einen Bock, er kauft sich einen Mima-Bock. Mima Mausesack, er kauft sich einen Bock, was macht er mit dem Bock? Was macht er mit dem Mima-Mausack, was macht er mit dem Mima-Mausack, was macht er mit dem Bock? Ein Schneider, Fingernmaus, ja, ja, ein Schneider. Er reitet im Galop, er reitet im Galop, er reitet im Mima-Mausack, was macht er im Galop? Was macht er im Galopp? Was macht er im Mima-Galopp? Mima-Maus-Galopp, was macht er im Galopp? Ein Schneider findet Maus, ja, ja, ein Schneider. Er fällt dabei in Dreck, er fällt dabei in Dreck. Er fällt dabei in Mima-Dreck, Mima-Maus-Dreck, er fällt dabei in Dreck. Ein Schneider findet Maus, ja, ja, ein Schneider. Doot, 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 doot.